Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir und heute gibt es wieder eine Rezension von mir und zwar habe ich ein Buch gelesen, das wahrscheinlich von euch keiner kennt. Ich kannte es vorher auch nicht. Ich habe das Buch vom Autoren selbst zurückgeschickt bekommen oder vom Verlag, von dessen Verlag, weiß ich nicht. Stand nichts dabei, war nichts dabei, keine Ahnung. Nämlich geht es um Froschkönigsreich von Franz Baumann. Ein Regensburger Autor und das ist ein Debütroman. Ziemlich dünn. Ich habe das im Postkosten gehabt, ohne Absender, ohne irgendeine Nachricht, ohne sonstiges. Ich mache das Paket auf, sehe ich das Buch, denke ich, okay. Ich habe mich nicht bestellt, weiß nicht, wo er es kommt, aber ich vermute mal, dass es vom Autoren selbst kam oder von dessen Verlag, Kunstgeschichten Literaturverlag. Ich habe es gelesen, gemeinsam mit Steffi von Steffi ist keine Bücher Express, weil sie es auch zugeschickt bekommen. Ich habe es gemeinsam gelesen, sie war schneller als ich, aber ich habe es dann auch beendet und werde euch jetzt erzählen, worum es geht und wie ich es fand. In diesem Buch geht es um Francesco. Francesco ist zu Beginn der Geschichte einer Beerdigung von einem alten Klassenkameraden. Auf dieser Beerdigung lernt er eine neue Ministrantin kennen, die ihn unglaublich anspricht und magisch zu sich in sie quasi, also er hat sich quasi in sie verguckt, er findet sie unglaublich hübsch und diese Ministrantin fängt dann in ein Gespräch mit jemandem oder er spricht sie an, ich weiß es gerade nicht mehr genau, ob er sie an spricht oder sie ihn. Ich weiß nicht, auf jeden Fall unterhalten sie sich. Sie fragt ihn dann, ob er sie nach Hause fahren kann, sie wohnt im Wald mit ihren Eltern und dann fuhren sie gemeinsam, fuhre er sie nach Hause, sie stieg aus und er hat sich so viel verguckt, dass er sie nicht mehr vergessen kann, er hat sich verknallt über beide Ohren, deswegen, er bekommt es nicht mehr aus dem Kopf und will sie unbedingt wiedersehen, deswegen schließt er auch kurzerhand am nächsten Tag, bei ihr vorbeizufahren und sie nochmal zu sehen. Dann passieren sehr sehr viele merkwürdige Dinge, das Mädchen zieht ihn in eine Welt, in das Froschkönigsreich und was in diesem Bereich passiert, müsst ihr selbst lesen. Sonst würde ich zu viel verraten, weil es eh nicht dick ist, das Buch. Und wenn ich jetzt noch mehr verrate, dann kann ich das ganze Buch, weil ihr euch das Buch gar nicht mehr kaufen, weil ihr schon wisst, worum es geht und wie es, was alles passiert. Ich finde das Cover, fand ich, ist jetzt nichts Besonderes, also so gelungen finde ich es nicht, aber das Glas in dem Haul des Frosches hat auch eine wichtige Bedeutung in der Geschichte. Das war die Haupthandlung des Buches, also es gibt um die Ministrantin und um die Welt des Froschkönigsreichs eine Parallelwelt sozusagen, in die Francesco hineingesogen wird, mehr oder weniger. Also den Rest kann ich euch nicht sagen, weil sonst würde ich euch zu sehr spoilern. Hinten steht drauf, ein Ausflug in das Reich des Froschkönigs ist ein Ausflug in die Psyche eines erwachsenen Kindes. Zauberhafte Märchenbilder vermengen sich mit sexuellen und brutalen Szenarien zu einer grotesken Mischung, die an einem absurden Cocktail aus Milch und Absinth erinnern. Als ich diesen Klappentaktivis habe, dachte ich mir, oh mein Gott, genau das Richtige für mich. Es klingt so genau, so richtig nach fester Extremroman und es sind, es steht auch wirklich mit drin, also zauberhafte Märchenbilder, das finde ich gerade keins. Es sind auch Bilder enthalten in dem Buch, immer wieder ein paar Seiten sind da Bilder drin, was das Ganze ein bisschen auflockert, weil man auch etwas mitbekommt von der Geschichte der Welt, in der er spielt. Es ist mal eine Langkarte drin von der Welt und solche Bilder eben. Und ich fand das eine gute Alternative zwischendrin, also Bilder einzubauen, die das Ganze ein bisschen symbolischer darstellen, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, die ganze Szenerie. Gehen wir weiter zum sexuellen, ne, sexuellen, brutalen Szenarien. Also als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, oh mein Gott, das wird bestimmt sowas Geniales werden. Aber das war es letztendlich nicht. Also irgendwie sexuelle Szenarien habe ich da eigentlich kaum entdeckt. Brutale Szenarien jetzt nur bis zum Ende hin. Am Ende war es ein bisschen brutaler. Aber der Rest war eigentlich total nicht brutal. Groteske, groteske. Es gab Szenen, da, die waren echt eklig. Die waren echt abschneidlich, eklig. Die ist schon fast wieder an einem festen Extremroman Grenzen. Aber teilweise etwas unglaubwürdig. Irgendwie total, weiß ich nicht, unglaubwürdig. Der Protagonist Francesco ist dem Alkohol nicht abgeleitet, deswegen auch das Glas vorne. Es hat eine wichtige Bedeutung. Was genau kann ich euch jetzt natürlich nicht sagen. Irgendwie konnte mich das Buch nicht wirklich überzeugen. Ich fand es am Anfang recht gut. Ich habe mich mit Steffi auch unterhalten. Je länger ich darüber nachgedacht habe, ich fand es am Anfang eigentlich relativ okay. Je mehr ich mich mit Steffi darüber unterhalten habe und sie ihre Punkte genannt hat, die sie nicht so gut fand, desto weiter abgesunken ist das Ganze von der Stellenbewertung. Letztendlich glaube ich, habe ich einen guten Wert gefunden für das Buch. Ich fand, es waren ziemlich eklige Szenen dabei und das Ende fand ich auch sehr, sehr gut. Also mir hat das Ende sehr gut gefallen, auch wenn es ziemlich schnell vorbei war. Aber ich fand es gut. Ich habe noch kein Buch gelesen, wo es kein Happy End gab und bei diesem Buch gibt es nicht wirklich ein Happy End. Und ich habe das zum ersten Mal gelesen, deswegen fand ich das Ende jetzt eigentlich gut durchdacht und gut gemacht. Deswegen bekommen wir es da natürlich einen Punkt mehr. Ich fand das Ende gut, Steffi fand es nicht gut. Ich fand es das Ende gut. Auch teilweise fand ich es recht interessant, aber es waren nicht wirklich gut durchdacht. Auch die Charaktere in dem Buch. Ich habe mir gedacht, wie kann man nur so unüberlegt handeln. Die Charaktere in dem Buch haben teilweise so naiv und dumm gehandelt, wo ich mir nur dachte so, Mann Leute, wie könnt ihr das nur machen? Wie die Ministratin am Anfang einfach mit dem Francesco mitgefahren ist, einfach in ein wildfremdes Auto zu einem wildfremden Mannes Auto eingestiegen ist, sich irgendwo in den Wald zu fahren lassen und was... Wie kann man nur so naiv sein? Ich habe das nicht verstanden. Das war etwas, was ich nicht verstanden habe. Und da gibt es noch mehr solcher Situationen in dem Buch. Außer die erste. Und die fand ich schon sehr... Weiß ich nicht. Würde jemand so handeln? Einfach so einem fremden Auto steigen und sich mitnehmen lassen? Pendler vielleicht. Aber freiwillig von sich aus... Hm? Ne, ich fand das so naiv und unüberlegt von der Ministrantin. Das war... Keine Ahnung. Da gibt es noch mehr solche Situationen. Letztendlich bekommt das Buch von mir zwei Sterne. Wie gesagt, ich fand das Ende gut. Die Bilder waren sehr gut mit eingebaut. Aber wenn die Charaktere besser gehandelt hätten und irgendwie etwas anderes gewesen wäre, anstatt dem, was ich dann gelesen habe, wäre es ein besseres Buch gewesen. Definitiv ein besseres Buch. Vielleicht schreibt ihr noch mal Bücher. Der Franz Baumann. Das ist auf jeden Fall sein Debütroman. Und für das ist es eigentlich schon recht gut. Für das erste Buch von ihm. Und zwei Sterne. Macht euch selber ein Bild. Wenn es euch interessiert, lest es. Also mir hat es wie gesagt schon gut gefallen. Aber es ist definitiv noch ausbaufähig. Die Charaktere sollten ein bisschen mehr denken. Sag ich mal, wirklich mehr überlegt arbeiten und handeln. Und vielleicht auch ab und an ein bisschen Konsequenzen aus der Situation ziehen. Vielleicht. Das wäre mal eine Option für dieses Buch gewesen. Aber ansonsten kann ich es eigentlich empfehlen. Wenn es euch interessiert, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Es verdient euch schon den Respekt, dass ihr das Buch geschrieben habt. Und danke an den Autoren, falls ihr das Video gerade sehen sollte. Habe ich sehr gefreut, dass ich das Buch lesen durfte. Vielen Dank. Und ja. Damit war es mit meiner Rezension. Ziemlich durcheinander. Wie immer halt bei mir. Habt ihr das Buch vielleicht auch bekommen? Dann schreibt mir mal, wenn es gelesen hat, in die Kommentare, wie ihr es fandet. Ich weiß aus Steffis Meinung, vielleicht habt es ihr auch bekommen. Andere BookTuber vielleicht, die es auch bekommen haben. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr es auch bekommen habt. Würde mich auch interessieren, wer es alles bekommen hat. Und ansonsten... Was mit meiner Rezension? Hier findet ihr noch irgendwo zwei weitere Videos von mir. Die könnt ihr natürlich noch gerne anschauen, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Und ansonsten zeige ich es noch. Tschüss. Und bis jetzt beim nächsten Mal wieder. Bis dann.